Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Finanzkroko. Heute geht es um den Aktiensparplan oder beziehungsweise wie bekomme ich 10 Euro Dividende im Monat mit einem Aktiensparplan. Also wie lange muss man investieren? Wir nehmen mal an hier 100 Euro oder 150 Euro, um diese 10 Euro monatlich irgendwann zu erlangen. Hier habe ich eine kleine Grafik vorbereitet. Wir sehen hier zwei Varianten. Ich habe hier also zwei Varianten ausgewählt. Einmal, die erste Variante ist mit einer etwas niedrigen Dividende Rendite, dafür etwas höheren Dividendenwachstum. Und die zweite Variante sind also schon Unternehmen, die eine etwas höhere Dividende ausschütten, aber dafür auch natürlich die Dividende nicht mehr so stark anheben. So und wie bin ich auf diese Werte gekommen? Das zeige ich euch auch gleich einmal. Ich zeige euch erstmal die Unternehmen selber. So hier habe ich bei den Aktienfindern mal diese sechs Unternehmen herausgesucht und wir sehen, ich habe sie jetzt mal nach Dividendenrendite mal sortiert. Die ersten drei Unternehmen, das war ja die Variante 1, also Procter & Gamble, McDonalds und Johnson & Johnson. Zusammen haben sie im Durchschnitt etwa 2,6% Dividendenrendite und ein Wachstum von etwa 8% gehabt. Insgesamt haben sie also ein Wachstum von etwa 8% in den letzten 10 Jahren zu verzeichnen gehabt. Hier sehen wir die letzten 5 Jahre und geschätzt auch dieses Jahr. Ich habe jetzt die letzten 10 Jahre genommen. Und dann haben wir die zweite Gruppe, das ist hier Pfizer, IBM und ET&T. Die haben zusammen 5,5% Dividendenrendite zu verzeichnen. Da sehen wir hier, also größere Dividendenausschüttung, aber dafür auch eine etwas niedrige Dividendenerhöhung in den letzten 10 Jahren gehabt. Von etwa, ich glaube, das waren jetzt 4%. Und ja, so habe ich die mal herausgesucht, diese Unternehmen. Dann habe ich die hier mal eingetragen in einem Tool für Dividendenrechner. Und zwar habe ich mal eingetragen, Aktie 1, das ist die Variante 1 mit 100 Euro monatlichen Sparplan bei einer Dividendenrendite von 2,6% und ein Wachstum von 8%. Also die Dividende wird jährlich um etwa 8% angehoben. So war das Stand der letzten 10 Jahre bei diesen drei Aktien in Variante 1. Und bei der Variante 2, da also wo ET&T drin ist, IBM, da habe ich auch 100 Euro angenommen. Dass wir 100 Euro monatlich im Aktiensparplan investieren in diese drei Unternehmen. Dann die durchschnittliche Dividendenrendite ist 5,5% und das Wachstum ist 4%. Also die Dividende wird jährlich um 4% angehoben. Dann können wir uns das Ganze mal anschauen, wie sich das Ganze verhält. Das sind die Jahre hier unten, also ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre und fünf Jahre. Und dann sehen wir schon, dass Aktie 1 etwas weniger, also die Variante 1 etwas weniger läuft und die Variante 2 natürlich etwas stärker an Dividenden zunimmt. Hier habe ich mal die, wir gucken uns erstmal die Variante 1 an. Und da sehen wir hier nach drei Jahren, sind wir hier, 112 Euro, also fast die 120 Euro. Durch die zwölf Monate, dann wird man hier etwa so, wahrscheinlich so etwa um drei Monate, äh, drei Jahre und vielleicht zwei Monate, dann wird man das ungefähr erreichen, die 120 Euro. Aber so im Schnitt wären das ungefähr drei Jahre. Dann hätte man 120 Euro fast im Jahr. Das würde bedeuten, also im Schnitt etwa 10 Euro im Monat. Das wäre halt unser Ziel. Also das könnte man nach drei Jahren erreichen. Bei der Variante 2 mit dem höheren Dividendenrendite natürlich. Da wären wir schon nach knapp zwei Jahren, also etwas unter zwei Jahren, wahrscheinlich so ein Monat und vielleicht 9 oder 10, ein Jahr und 9 oder 10 Monate, also fast zwei Jahre, hätte man das Ziel hier mit diesem größeren Unternehmen hier erreicht, nach zwei Jahren. Da sehen wir also hier in der Grafik, das habe ich halt, wie gesagt, bildlich immer fertig gemacht und man es besser sehen kann. Und wie eben gesagt, die erste Variante mit dem Dividende von 2,6% und einem Wachstum von 8%, wenn man nach drei Jahren ungefähr in dem Genuss von 10 Euro monatlich und bei dem etwas höheren Dividendenrenditen, dann wäre man schon nach unter zwei Jahren in dem Genuss von den 10 Euro. So, der Vorteil von diesem Unternehmen sind, weil die natürlich einen höheren Wachstum haben, sie werden irgendwann die Variante 2 natürlich überholen. Das dauert vielleicht 6, 7, 10, 12 Jahre, aber dann geht das natürlich blitzschnell nach oben. Das kann ich euch auch vielleicht einmal kurz zeigen. Das wäre vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, dass man einfach nicht nur sieht, ja gut, okay, eine höhere Dividendenrendite, also bekomme ich natürlich viel schneller meine Dividende. Nein, ja, genau, so ist es, aber auf die Jahre gesehen bekommt man halt später von den Unternehmen, die schneller wachsen, einfach eine höhere Dividendenrendite. Das will ich jetzt einmal hier zeigen. Dann machen wir das hier mal auf Investoren, machen wir mal 20 Jahre, dann sehen wir das gleich. Hier auch 20 Jahre und dann sehen wir gleich, wer, wann, wen überholt. Und zwar, wir können vielleicht auch noch 30 Jahre vielleicht machen, dass das ein bisschen deutlicher ist. So, und dann sehen wir, wahrscheinlich nach 6, 10 Jahren wäre das nicht erledigt, sondern man sieht es hier doch, dass man braucht das schon ein bisschen länger, 29 Jahre, um, glaube ich, auf den Stand zu kommen. Aber da sehen wir gleich hier auch, wir können mal schauen, nach 20 Jahren hätte man ungefähr 7.000 Euro jährlich an Dividenden. Bei der Variante 2 und bei der Variante 1 wäre man nach 20 Jahren bei 5.000, also immer noch weniger. Das heißt hier bei 28 Jahre, ja zwischen 28 und 29 Jahren hätte man hier, 29 Jahre, dann hätte man hier schon, man sieht also was für ein gravierendes oder starkes Wachstum in den letzten Jahren erscheint. Also einfach dieses Wachstum um 8% jährlich. Die Frage ist natürlich, kann das Unternehmen 30 Jahre lang diesen Wachstum beibehalten? Das ist immer schwierig, das ist einfach nur eine kleine Rechnung, einfach nur zu veranschaulichen, wie sich das Ganze halt entwickelt und man sieht hier, nach 29 Jahren hätte man theoretisch gesehen 43.000 in der Variante 1 und in der Variante 2 hätte man nach 29 Jahren 34.000, also hier hätte man deutlich die Variante 2 überholt. Aber wie gesagt, ich würde jetzt soweit gar nicht rechnen, also maximal vielleicht 5 oder 10 Jahre kann man auch sagen, okay bis 10 Jahre rechne ich mir vielleicht noch ein bisschen was aus, aber viel, viel weiter würde ich das schon nicht mehr gehen, weil das ist einfach viel zu weit in der Zukunft und man kann nie wissen, wie lange so ein Unternehmen ein Dividende ausschüttet oder wie lange die sie erhöhen werden. So, deswegen einfach mal kurzer Blick, man sieht es hier, mit 3 Jahren habe ich jetzt nochmal gerechnet und man sieht auch hier, wenn man etwas mehr investieren würde, 150 Euro zum Beispiel, dann wird man das nicht in 3 Jahren schaffen, sondern schon nach 2,5 Jahren und bei der 2. Variante sogar schon nach knapp 1 Jahr und etwa 2, 3 Monaten wird man das schon erreichen mit den Unternehmen, die ich hier aufgezeichnet, aufgelistet habe. Ja, also, fassen wir zusammen, die 10 Euro Dividende würde man, wenn man mit einem Aktien-Sparplan von 100 Euro in Variante 1 investieren würde, hätte man nach 3 Jahren die 10 Euro Dividende zu verzeichnen. In der Variante 2, mit einer höheren Dividendenrendite, also die schütten einfach mehr aus, dieses Unternehmen, würde man das bereits unter 2 Jahren schaffen und dann könnte man monatlich wirklich 10 Euro ein Dividendenkassierer mit diesen 10 Euro, kann man wahrscheinlich schon sich 2 Döner kaufen im Monat oder vielleicht auch 2 Happy Meals. Bei McDonalds, wie auch immer, einige Shampoos könnte man sich davon kaufen, Zahnpasta hätte man das schon mal im Monat übrig, also mit den 10 Euro oder einen Handyvertrag, könnte man sich mit den 10 Euro schon gönnen, hätte man quasi einen kostenlosen Handyvertrag im Monat, was man schon mit seiner Dividende dann halt bezahlen könnte. So, also, das war es dann für dieses Video, jetzt wisst ihr ganz genau, wie man 10 Euro Dividende pro Monat bekommt und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, ansonsten sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin. Tschö. Tschö. Tschö.